Für ihn scheint da, wie hier, nicht ganz zu stimmen. Und Tor. 1 zu 1. Einzelaktion, Standard. Didier Drogba gleicht für die Elfenbeinküste aus. Da ist er nicht zu stoppen. Ein Foul zu viel, vielleicht ein bisschen zu nah dran. Und Didier Drogba macht seinen 28. Länderspieltreff. Schön am letzten Mann an der Power vorbeigezogen. Kinas bewegt sich sogar noch ein bisschen nach links, ohne da unnötig zu springen. Und dann genau via Stange hinein. Also Maßarbeit von Didier Drogba. Schnell auf den Beinen, Helge Peier, aber der war zu gut. Fröh in der zweiten Spielhälfte der Ausgleich für die Afrikaner. Hopp. Sh Judah war's. Tschüss. Ich zeige die Afrikaner.